Linke Flitzer! Hallo Kinder! Sucht ihr schon einmal unser Feuerwehrfahrzeug für den Einsatz heute raus? Wie cool! Der Feuerwehrjeep mit Anhänger! Das wird jetzt ein Abenteuer werden! Da ist auch schon unsere erste Aufgabe! Es müssen alle Schilder eingesammelt werden! Noch eins! Rein mit dir! Als nächstes müssen wir den Dinosaurier auf der Straße finden! Na, da ist er ja schon! Los, rein mit dir in den Anhänger! Jetzt lass uns den Dinosaurier zurück in seine Höhle bringen! Wo wird die wohl sein? Schau, da ist sie doch schon! Huch, was ist denn das? Das sind ja Fledermäuse, wie lustig! Jetzt hat er Dinosaurier sein Zuhause zurück! Wie schön! Und die Schilder, die tun wir wieder in den Anhänger! Gut gemacht, Kleiner! Auf uns warten noch spannende Aufgaben! Und jetzt brauchen wir ein neues Fahrzeug! Welches nehmen wir? Oh, klasse Wahl! Genau den brauchen wir jetzt! Die Sirene ist bereit! Und das aufblasbare Kissen auch! Dann lass uns losfahren! Komm, wir üben noch ein bisschen! Mit dem Wasserstrahl kippst du einfach die Feuerwehrschilde um! Ja, genau so! Den ersten hast du schon geschafft! Auf geht's zum zweiten Schild! Leg los! Spitze machst du das! Und komm, den letzten schaffen wir auch noch! Das macht dir richtig Spaß mit dir, Kleiner! Schau mal! Da vorne, die Flugmaus braucht unsere Hilfe! Da kommt doch gleich unser Luftkissen zum Einsatz! Rutsch runter, kleine Flugmaus! Wie schön! Wir haben der Flugmaus geholfen! Lass uns schnell weiterfahren! Wir haben soeben den Funkspruch erhalten, dass ein Passagierflugzeug brennt! Oh nein! Schau! Da vorne ist es schon! Oi! Das ist ein ganz schön schlimmer Brand! Komm! Wir löschen den Partner! Wasser Marsch! Kleiner! Das machst du wie ein echter Feuerwehrmann! Hurra! Das Feuer ist gelöscht! Wir sind ein echt gutes Team, ihr zwei! Schau mal! Suchst du das Fahrzeug für die nächste Aufgabe aus? Cool! Ein LKW mit einem Kran! Vielen, vielen Löschutensilien! Ja! Und ein aufblasbares Luftkissen für alle Fälle! Und einen Scheinwerfer! Und natürlich die Sirene! Die darf nicht fehlen! Da haben wir alles! Los geht's! Kleiner Frosch? Was ist denn mit dir los? Hast du Hunger? Weißt du was, Kleiner? Wir heben die Bonbons mit dem Kran auf und füttern den Frosch! Na! Das schmeckt dir wohl! Magst du noch eins? Na dann! Mund auf und rein damit! Der Frosch scheint die Bonbons zu mögen! Na! Einen haben wir noch! Guten Appetit! So! Hier haben wir alles erledigt! Tschüss, Kleiner Frosch! Was macht denn die Maus da auf dem Käsestück? Oh nein! Wir müssen unbedingt helfen! Jetzt brauchen wir das aufblasbare Luftkissen! Ali hopp! Super, Kleine Maus! Jetzt kann dir nichts mehr passieren! Passt das nächste Mal besser auf! So, Kleiner! Erledigt! Und wir fahren weiter! Auf uns wartet eine neue Aufgabe! Was ist denn das? Ich glaube, jetzt brauchen wir die Scheinwerfer! Oh nein! Schau! Die Kleinen finden ihren Weg nicht raus! Weil es so dunkel ist! Komm! Wir leuchten den Käfer! Ich merke, Marienkäfer! Du auch? Das haben wir super gemacht! Und für die nächste Aufgabe wechseln wir noch einmal das Fahrzeug! Welches nehmen wir? Gute Wahl, Kleiner! Dieses Mal das Einsatzfahrzeug mit der langen Leiter! Und die Sirene darf natürlich auch nicht spielen! So, jetzt aber los geht's! Lass uns zum Trainingsplatz fahren, damit wir fit für unsere Aufgaben werden! Feuerwehrschlauch raus und Wasser marsch! Die Feuerwehrschilder bitte herunterspülen! Super, machst du das Kleine! Genau so wird das gemacht! Noch ein Schild, dann hast du es geschafft! Gibt alles, Partner! Hurra! Ich rieche Rauch, du auch? Oh nein, schau! Da brennt es! Die Würfel auf dem Spielplatz stehen in Flammen! Hier müssen wir schnell löschen, sonst haben die Kinder nichts mehr, womit sie spielen können! Wassermarsch! Puh, das war wirklich knapp! Wickelst du den Schlauch wieder auf? Super, machst du das, Partner! Danke dir! Und wir müssen zur nächsten Aufgabe! Oh nein, schau! Da brennt ein Käseberg! Und eine kleine Maus steht drauf! Eieiei! Das sieht gefährlich aus! Wir brauchen die Leiter! Komm rüber, Maus! Jetzt können wir den Brand löschen! Erledigt! Kleiner, wir sind ein echt klasse Team! So, lass uns nach Hause fahren! Für heute ist Schluss! Danke für deine Hilfe! Und auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo, Kleiner! Schön, dass du da bist! Such dir einen Wagen aus, mit dem wir heute arbeiten werden! Klasse Auswahl! Hinterm Steuer sitzt heute das Mäuschen! Na dann, lass uns losfahren! Schau mal! Auf diesem Bild hier siehst du, wie Wasser Feuer bekämpfen kann! Ich rieche rauf! Oh nein, oh nein! Das kleine Mäuschen brennt! Sie steht ausgerechnet auf dem kleinen Spielplatz und der brennt! Los, wir müssen schnell löschen! Leg los, Partner! Erst den Rauch richtig einziehen! Und wir spritzen gleich noch das ganze Feuer weg! Und die kleine Maus wird sich erschreckt! Keine Angst! Jetzt ist alles gut! Pass nur auf beim nächsten Mal! Und spiel nicht mehr mit Streichhölzern! Komm, lass uns weiterfahren! Auf uns wartet die nächste Aufgabe! Irgendwo hier soll ein Baum brennen! Fahr schneller! Schneller! Oh je, ich rieche schon den Rauch! Oh nein! Was für ein Brand! Auf dem brennenden Baum sind Nester mit kleinen Vögeln! Schnell, Kleiner! Wir müssen löschen, damit die kleinen Vögel nicht verbrennen! Puh, das war knapp! Hey, ihr Kleinen! Nun braucht ihr keine Angst mehr zu haben! Ich glaube, die kleinen Vögel zwitschern uns ihr Dankeschön zu! Wir haben euch doch gerne geholfen! Passt gut auf auf euch! Oh, schau mal, Kleiner! Für diese Aufgabe haben wir ein Sternchen erhalten! Hurra! So, Kleiner! Jetzt lass uns mal das Auto wechseln! Hm, welches nehmen wir jetzt? Such eins aus! Oh, klasse! Ein Panzer! Los geht's in neue Abenteuer! Schau mal, wie toll, was der alles kann! Los geht die Fahrt! Boah! Schau mal, wie dreckig die Tiere hier sind! Komm, lass sie uns sauber waschen! Guck mal, die Giraffe ist ja wirklich orange! Und jetzt kommt das Pferdchen dran! Schau, das ändert auch die Farbe! Es ist lila! Und wie sieht der Löwe aus? Na klar, gelb! Jetzt sind alle sauber! Und wir fahren weiter zum Trainingsplatz, um Feuer zu löschen! Kleiner, bist du bereit? Dann legen wir mal los! Schau, da vorne ist die nächste Aufgabe! Nein, hier müssen wir Bälle nehmen! Spitze machst du das! Jetzt hast du genau die Mitte getroffen! Schau, wir haben sogar einen Stern für die Aufgabe erhalten! Oh, hörst du? Wir müssen uns beeilen! Es wurde gerade durchgegeben, dass der Spielzeug Wurm brennt! Oh nein! Schnell, schnell! Wasser marsch! Klasse, Partner! Du bist spitze! Gemeinsam sind wir ein tolles Team! Schau, schau mal, wie viele Sterne du schon hast! Hurra! Für die nächste Aufgabe brauchen wir ein anderes Fahrzeug! Was meinst du? Welches nehmen wir jetzt? Ja klar! Das kleine Feuerwehrfahrzeug! Das ist perfekt! Jetzt noch schnell den Wassertank auffüllen! Und dann geht's los! Es war ein spannender Abenteuer auf uns! Weißt du was? Lass uns noch etwas trainieren, bevor wir einen richtigen Brand löschen werden! Schau mal, hier müssen wir mithilfe des Wasserschlauchs alle dieser Schilder umkippen! Lass uns loslegen! Ei, 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 ei! Ich würde sagen getroffen! Das machst du super! Kleines Naturtalent, was? Es ist nur noch ein Schild übrig! Lick los, Kleiner! Das Training hast du mit Bravour bestanden, Partner! Rollst du noch bitte den Wasserschlauch wieder auf? Vielen Dank! Jetzt sind wir bereit! Jetzt können wir eine richtige Aufgabe übernehmen! Los geht's! Oh nein! Schau mal! Der Uhrenturm brennt! Was am Marsch! Mensch, Partner! Das klappt dir super! Oh, schau mal! Auf das Bild am Zaun! Da siehst du, was Feuer alles vernichten kann! Sei also immer vorsichtig! Huch! Was macht denn der Vogel auf der Straße? Du, 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 du! Lässt du uns bitte durch? Oh, weißt du was? Ich glaube, dass der Vogel Angst hat, denn er sitzt auf dem Feuerwerkskörper! Schnell musst du fragen! Ganz schnell! Ja, weiter so! Huch! Jetzt war es laut! Puh! Keiner hat sich verletzt! Mit Knallern musst du wirklich aufpassen, Kleiner! Und du, liebe Maus, hier hast du eine Leiter! Warum bist du denn so hoch geklettert? Hm! Wenn wir nicht vorbeigekommen wären, wäre er vielleicht heruntergefallen. Glück gehabt! Tschüss, Kleiner! Das war eine lustige Zeit mit dir! Bis zum nächsten Mal! Mach es gut! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo, Kleiner! Schön, dass du da bist! Komm, lass uns den Teddy zurück in seine Kiste fahren! Hm! Wo hat sich denn die Kiste versteckt? Wollen wir sie mal suchen? Uiuiui! Fahr vorsichtig, damit der kleine Bier nicht aus dem Wagen fällt! Hey, da ist sie doch! Ach, klasse machst du das, Kleiner! Wir fahren gleich zurück! Und die gelbe Ente, die bringen wir auch in die Kiste! Schau, sie hat auf uns gewartet! Komm mit, Kleines! Wir bringen dich zum Teddy in die Spielzeugkiste! Dort sind auch die anderen Spielsachen drin! Erledigt! Was wohl unsere nächste Aufgabe sein wird? Schau! Da ist eine Tür! Die laden wir doch gleich mit ein! Und den Stern hier! Den nehmen wir doch auch gleich mit! Mal sehen, was wir noch finden werden! Schau! Eine Fahne! Wo die wohl hinkommt? Oh nein! Jetzt ist alles rausgefallen! Schnell, Kleiner! Das laden wir alles wieder ein! Fahr einfach etwas vorsichtiger! Und da sind wir auch schon! Was für eine tolle Sandburg! Weißt du was? Die Tür passt perfekt rein! Und auch der Stirn! Und die Fahne kommt ganz oben hin! Schön haben wir das gemacht! Hurra! Hurra! Als nächstes haben wir eine Spezialaufgabe bekommen! Und auch das richtige Spezialfahrzeug dazu! Jetzt kommen nämlich die richtig schweren Spielsachen dran! Siehst du sie schon? Das sind die Köpfe von Tieren! Oh ja! Die sind wirklich schwer! Die müssen wir unbedingt wieder zusammenbauen! Wo sind denn die restlichen Teile von dem Vogel hier? Schau! Schau! Hier ist was! Du! Aber irgendwie passt es gar nicht! Lass uns einfach mal zurückfahren! Vielleicht ist das ja gar kein Vogel! Lass uns mal nachsehen, welche Tierköpfe wir noch haben! Vorsichtig bitte fahren! Schau mal! Lass uns diesen Elefantenkopf hier mitnehmen! Der könnte passen! Huch! Sei vorsichtig! Super hast du das gemacht! Weißt du? Ich bin jetzt ganz gespannt, ob der Kopf passt! Ja! Passt! Hurra! Und schau! Neben dem Elefanten! Das könnte der Vogel sein! Lass es uns probieren! Passt! Super! Noch einmal zurückfahren bitte! Wo steckt denn der Affenkopf? Hier war doch einer! Schau! Da ist er ja! Einmal bitte auf den Kran aufhängen! Spitze! Los geht's! Wir sind ein richtig tolles Teampartner! So! Jetzt bringen wir noch den Kopf zurück zum Körper! Wow! Wow! Er passt! Schau dir nur die tollen Tiere an! Die haben wir zusammen gebastelt! Kleiner! Wollen wir noch ein Haus bauen? Ja! Dann lass uns loslegen! Schau mal! Hier ist schon das Fenster! Und einmal hochheben! Wo wollen wir das Haus denn hinbauen? Ja! Super Idee! Genau hier! Das ist der perfekte Platz! Jetzt brauchen wir nur noch ein Dach! Da liegt es doch schon! Schau mal! Ein Dach ganz in Rot! Und bitte draufladen! Es hält nicht! Es fehlt noch was! Da war doch eine Tür! Ja! Die holen wir auch gleich! Super Idee! Das wird jetzt ein Spaß! Bitte die Tür hinstellen! Die stehen! Und jetzt noch einmal das Dach! Hurra! Wir haben unser eigenes Häuschen! Spitzenleistung, Kleiner! Bis zum nächsten Mal! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo Kinder! Lasst uns heute zusammen eine Stadt bauen! Schau! Da kommt der Kiffer schon! Und bringt uns Erde! Die Planierraupe macht dann alles platt und glatt! Um die Straße hier zu reparieren! Hihi! Planierraupe klingt lustig, nicht wahr? Oh! Ich glaube wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Erde! Wie gut, dass der Kipper schon losgefahren ist und welche bringt! Schau! Da ist er schon wieder! Da können wir gleich weitermachen! Ob das diesmal reichen wird? Was meinst du, Kleiner? Kleiner, das machst du super! Schau mal, jetzt können wir auch schon weiterfahren! Oh, da vorne ist noch ein Loch! Und der Kipper ist auch schon wieder da und bringt uns die Erde, damit wir dieses Loch auch noch zumachen können! Spitze, legt los und gib Gas! Ich glaube dies genügt jetzt, oder? Nein, noch eine Ladung wird benötigt und der Kipper hat sie auch schon da! So, jetzt aber noch einmal drüber fahren! Diesmal haben wir es bestimmt geschafft! So, jetzt geht es zur Baustelle! Und mit dem Kran heben wir jetzt die schweren Rohre auf den Kipper! Ganz schön praktisch so ein Kipper, was denkst du? Und jetzt können wir auch schon weiterfahren! Mal sehen, wo der Kipper die Rohre jetzt hinbringt! Oh, und dieser Kran holt die Rohre nun wieder raus! Die Rohre sind wirklich wichtig, um unterirdisch zum Beispiel Wasserleitungen für die Wasserversorgung der Stadt zu haben! Um weiterbauen zu können, brauchen wir auf jeden Fall noch Holz! Was würden wir ohne den Kran machen? Aufnehmen, rüberschwenken und abladen! Super gemacht! Weiter geht die Fahrt! Puh, für den Bau einer Stadt braucht man richtig viel Material! So, das bringen wir jetzt wieder zu dem anderen Kran! Und bitte wieder aufnehmen und abladen! Weiterhin brauchen wir noch einen speziellen Plastikschlauch! Ebenfalls für den Wassertransport! Den habe ich dort hinten gesehen! Da müssen wir wohl noch mal hinfahren! Ach nein, die waren da vorne! Der Kipper macht das richtig toll! So! Bitte einladen! Wir sind genau richtig! So, und jetzt fahren wir wieder zurück! Um weiterbauen zu können, brauchen wir auf jeden Fall noch Holz! Was würden wir nur ohne den Kran machen? Aufnehmen, rüberschwenken und natürlich abladen! Der Kipper wartet schon! Super gemacht! Jetzt kann die Fahrt weitergehen! Puh, für den Bau einer Stadt braucht man richtig viel Material! Und jetzt bitte wieder abladen! So, das hätten wir geschafft! Weißt du was, Kleiner? Wir brauchen noch einen speziellen Plastikschlauch! Auch für den Wassertransport! Den habe ich irgendwo da vorne gesehen! Lass uns mal nachsehen! Ja genau da! Da sind sie! So! Bitte wieder einladen! Die wollen wir mitnehmen! Spitze macht ihr das! Dann haben wir fast alles zusammen! Und weiter geht die Fahrt zum Abladen! Hier ist der Plastikschlauch! Kleiner, das haben wir spitze gemacht! Wir haben alle notwendigen Materialien hergebracht! Dieses Mal hat der Kipper den Asphalt hinten drinnen! Bitte abladen! Spitze gemacht! Jetzt kann die Asphaltmaschine den Asphalt ebenmäßig verteilen! Siehst du? Wir werden noch richtig viel Asphalt herbringen müssen! Damit die Straße schön aussieht und natürlich von den Autos befahren werden kann! Die Asphalt-Tiermaschine ist sehr, sehr, sehr schwer! Aber mit dem Asphalt kommt sie mit Leichtigkeit zurecht! Kipper, wir brauchen noch ein bisschen Asphalt! So! Und jetzt bitte wieder drüber fahren! Hopp! Ich glaube wir brauchen noch eine Ladung! Mal sehen wann der Kipper kommt und diese uns bringt! Da ist er doch schon! Spitze macht ihr das! Das macht richtig Spaß! Schau mal Kleiner, was wir alles heute zusammen gebaut haben! Das war doch lustig! Bist du morgen wieder mit dabei? Ich danke dir für deine Hilfe! Bis morgen! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Mein Gott. Linke Flitzer! Kinder! Schön, dass ihr da seid! Heute habe ich beschlossen, mich wieder mit dem Bau zu beschäftigen! Helft ihr mir? Super! Mit dem Gabelstapler laden wir diese Bäumchen auf den Kipper! Super, vielen Dank, Gabelstapler. Diese bringen wir nun zum Haus. Und jetzt bitte abladen. Schaut mal, der Gabelstapler fährt ran, holt sich die Bäumchen und stellt die auf den Fahrstuhl. Und der bringt die nun ganz nach oben. Super, was? Für uns geht es mit dem Kipper weiter. Wir haben noch einiges zu erledigen. Jetzt müssen wir eine schwere Kiste transportieren. Der Gabelstapler ist eine super Hilfe. Alleine würden wir diese Kiste wahrscheinlich gar nicht hochbekommen. So, jetzt ist sie drauf. Los geht die Fahrt. Und schon steht der nächste Gabelstapler wieder da. Bitte abladen. Super macht er das. Einmal ranfahren, Kiste holen und dann geht es auch schon wieder auf den Fahrstuhl. Super. Ab geht die Post nach oben. Dieses Haus wird noch gebaut, sodass es noch keinen Fahrstuhl im Inneren gibt. Daher nutzt man für den Bau diesen Fahrstuhl hier draußen. Was wir wohl als nächstes transportieren werden? Einen Schrank? Ja, sieht so aus. Der Gabelstapler holt sich den Schrank. Na, das schaffen wir doch mit Leichtigkeit. So, und jetzt bitte abladen. Schau mal, der Gabelstapler fährt ran und holt sich den Schrank. Und jetzt wird er gleich wieder auf den Fahrstuhl getan. Und dann geht es wieder ab nach oben. Oh, spitze Kleiner, was für ein Spaß. Ich glaube, wir müssen noch ein was transportieren. Lass uns mal nachsehen, was das sein wird. Ich glaube, es wird die Toilette sein. Die darf natürlich auch nicht fehlen im Haus. Nicht so schnell. Die Kloschüssel geht sonst kaputt, wenn sie runterfällt. Und jetzt bitte wieder ganz vorsichtig abladen. Und dann ganz langsam rauf auf den Fahrstuhl. Und dann in die höchste Etage. Klasse Zusammenarbeit hier. So, wir haben hier alles erledigt. Als nächstes sind die Straßenlaternen dran. Die müssen wir hier noch aufstellen. Schau mal, der Zement wird schon reingegossen in das Loch. Jetzt bist du an der Reihe, Kleiner. Hebst du die Lampe mit dem Hebearm hinein? Klasse machst du das. Schau mal, wie sie steht. Schau mal, wie sie steht. Ganz gerade. Wir stellen gleich noch eine Laterne hier auf. Der Betonmischer schüttet noch ein bisschen Zement rein. Schau, und gleich bist du wieder dran. Schnapp dir eine Laterne. Schnapp dir eine Laterne. Du bist ja richtig talentiert. Spitze machst du das. Wollen wir noch eine aufstellen? Na komm. Der Betonmischer ist schon vorangefahren. Und gleich kommt wieder Zement rein. Du kannst dich schon mal vorbereiten. Du bist gleich wieder dran. Schau mal, und jetzt kommt die dritte Laterne rein. Spitzenmäßig machst du das. Weißt du, nun wird es auf der Straße so richtig hell werden, wenn es nachts wird. Was für eine tolle Aufgabe, die Straßenlaternen aufzustellen. Diese ist wirklich wichtig. Weißt du, ohne die Laternen wäre es nachts ganz schön dunkel hier. Die Laternen geben nachts Licht, damit alles hell erleuchtet ist und jeder seinen Weg findet. Zement ist schon drinnen in dem Loch. Jetzt kannst du dir wieder die Laterne schnappen und reinstellen. Spitze machst du das. Und weiter geht's zur nächsten Aufgabe. Jetzt müssen wir Erde transportieren. Schau mal, der Bagger ist schon bereit. Er schnappt sich mit der Schaufel ganz viel Erde. Los geht's. Du kannst gleich noch eine Ladung reintun in den Kipper. Wir haben doch jede Menge Platz. Die Erde brauchen wir für den Garten. Und weißt du, was wir damit machen? Wir werden ganz viele leckere Apfelbäume pflanzen. Ich liebe Apfelbäume. Vor allem die leckeren Äpfel. Magst du auch Äpfel? Super. Schau mal, jetzt ist der Kipper voll. Und da ist auch schon der erste Apfelbaum. Bitte die Erde abladen. Hm. Was meinst du, Kleiner? Sollen wir noch etwas Erde holen? Ja, ich denke auch. Hey, Bagger. Lade noch mehr Erde ein. Wir wollen richtig viele Äpfelbäume haben. Und eine Schaufelbäume haben. Na, da passt doch noch eine zweite rein. Und noch eine Schaufel. Schau mal, wie viel Erde da drin ist. Der Kipper füllt sich auch schon. Ich glaube, noch eine Schaufel passt auf jeden Fall rein. Bitte einladen. Wir wollen doch im Herbst ganz viele Äpfel essen. So, und jetzt laden wir diese Ladung noch ab. Yeah, super gemacht. Kleiner, vielen Dank für deine Hilfe. Bis bald. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren YouTube-Channel. Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme. Bis zum nächsten Mal. Linke Flitzer. Hallo, Kleiner. Magst du uns heute in den Zirkus begleiten? Ja? Dann lass uns gehen. Zuerst kaufen wir an der Kasse die Eintrittskarten. Hier ist deine Eintrittskarte, liebe Giraffe. Jetzt kommt der Hase dran. Erst bitte bezahlen. Vielen Dank. Und hier ist deine Eintrittskarte, liebe Hase. Viel Spaß. Wow, wir sitzen gleich in der ersten Reihe. Oh, ich bin schon richtig gespannt. Schau mal, der Clown Tutti. Und er macht Kurenstücke auf dem Elefanten. Dafür hat er bestimmt lange geübt. Oh, schau. Er kann sich sogar am Rüssel festhalten. Oh, siehst du das, was der Zirkusdirektor macht? Wow, da ist auch ein Dompteur, der Direktor. Klasse hat er das gemacht. Bravo! Oh, schau mal. Die Seehunde. Die können Ball spielen. Wie lustig. Bum, 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 bum. Na, das sieht ja klasse aus. Spitze macht ihr das. Und dieser kann sogar einen Fisch auf seiner Nase balancieren. Was für eine Leistung. Und richtig so. Gute Arbeit wird belohnt. Bravo! Oh, schau. Und dieses Mädchen balanciert auf einem ganz dünnen Seil. Super machst du das Mädchen. Klasse. Spitzenmäßig. Uiuiuiuiuiuiui. So was habe ich ja noch gar nicht gesehen. Du vielleicht, Kleiner? Was für ein super Elefant. Bravo. Und was uns dieses Mädchen wohl zeigen wird? Oh, schau mal. Was für eine tolle Schauglerin sie doch ist. Huch. Pass doch auf. Das ist doch gefährlich. Was für eine tolle Schauglerin. Hallo, Elefant. Komm doch raus. Wir sind schon sehr gespannt, was du uns zeigst. Wow, siehst du das? Schau mal, wie der Elefant schaukeln kann. Das ist wirklich ein echter Super-Elefant. Und schau, da kommt der Tiger wieder. Hast du so etwas schon mal gesehen? Ein Tiger, der jonglieren kann. Also ich noch nicht. Und was macht er jetzt? Er hat sie einfach gegessen. Vielleicht waren es ja Fleischkeulen. Bravo! Schau, da ist das schöne Mädchen wieder. Sie wird uns jetzt gleich Kunststücke auf einem Pferd zeigen. Oh, das macht sie toll, nicht wahr? Eine wahre Akrobatin. Wow! Oh, und da ist unser Super-Elefant hier wieder. Was wird er uns denn jetzt zeigen? Hihihihi, da ist ja auch der Clown Tutti. Und er reitet wieder auf dem Elefanten. Klasse machen das die beiden! Bravo! Was für eine tolle Vorstellung! Bravo! Vielen, vielen Dank! Es hat uns richtig viel Spaß gemacht. So, und jetzt werden wir nach Hause gehen. Morgen geht's wieder in den Zirkus, nicht wahr, Kleiner? Tschüss! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel. Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme. Bis zum nächsten Mal! Hallo, Kleiner! Hallo, Kleiner! Hilfst du mir heute ein Päckchen an meinen Freund den Bären zu bringen? Schau, auf dieser schönen Karte steht für den Bären. Jetzt aber ab zum Bären, um ihm sein Geschenk zu geben. Huch! Ich glaube, wir müssen zuerst das Auto zusammenbauen. Kleiner, übernimmst du das? Wow! Du bist ja eine Meisterin im Zusammenbauen. Das Boot darf natürlich auch nicht spielen. Auf geht's! Wir haben einen langen Weg vor uns. Oh, schau mal, wie viele Tiere hier sind. Hallo, liebes Pärtchen! Und da, da wird gerade ein Schaf gefüttert und eine Ziege und die vielen Blümchen. Wie schön! Huch! Was für eine holprige Straße! In diesem Wald müssen wir unbedingt mal spazieren gehen. Das wird bestimmt lustig! Schau! Oh nein! Was passiert denn hier? Aha! Und noch ein paar Sterne? Ich glaube, hier entsteht ein Tor. Wow! Ein schickes Tor zum Durchfahren nur für uns! Oh je! Schau mal! Hier ist Schluss! Jetzt brauchen wir unser rotes Boot! Kleine, hilfst du mir! Jetzt müssen nur noch unsere Sachen rein! Spitze machst du das! Und jetzt rein mit uns! Alle hopp! Giraffe, du auch! Rein mit dir! Na dann, segeln wir los! Lalalalalala! Oh, ich liebe es, auf dem Wasser zu segeln! Gefällt dir das auch, Kleine? Hier ist es wirklich schön! Schau mal, wer da vorne zu uns schwimmt! Ganz genau! Eine kleine Ente! Hallo, Ente! Was? Oh nein! Die Entenmama hat ihre Kinder verloren! Wir müssen ihr helfen, diese zu finden! Komm rein mit dir! Wir finden sie schon! Nicht weinen! Oh, schau mal! Da sind sie ja! Oh nein! Nur ein kleines ist es! Wo sind denn die anderen? Ich bin mir sicher! Ich bin mir sicher! Die finden wir auch noch! Schau mal! Da vorne! Da kommt noch ein kleines! Na komm rein mit dir! Deine Mama hat dich schon gesucht! Jetzt fehlt uns nur noch ein Entlein! Wo das wohl sein mag? Hm! Huch! Schau mal! Wer kommt denn da? Jetzt hat die Mama alle Kinder wieder! Kinder, bleibt immer schön in der Nähe eurer Eltern! Auf Wiedersehen, ihr Entlein! Gutes Schwimmen! Was macht denn der arme Fuchs da auf dem Stein? Was ist denn passiert? Ach, ich habe Hunger! Oh, der arme Fuchs! Wir können ihm doch helfen! Wir haben eine Angel! Ja, das ist eine super Idee! Hier! Die schenken wir dir! Fang dir so viele Fische, wie du essen kannst! Und sei nicht mehr traurig! Alles wird gut! Hihihihi! Das war ein Schuh! Einfach weitermachen! Ja! Der erste Fisch! Lecker! Super machst du das! Lass es dir schmecken! Wir müssen weiter, kleiner Fuchs! Tschüss! Und viel Spaß beim Angeln! Da wären wir! Hier bauen wir unser Nachtlager! Das Holz müssen wir auch noch einsammeln! Dann haben wir es geschafft! Und es wird schön warm in der Nacht werden! Kleine! Das hast du spitze gemacht! Super! Unser Nachtlager ist fertig! Und das Geschenk kommt in das Zelt! Huch! Hallo Eichhörnchen! Was? Du suchst einen Tannenbaum? Ach so! Du brauchst unsere Hilfe! Hm! Den müssen wir zusammenbauen! Verstanden! Nichts leichter als das! Das ist doch unsere Lieblingsbeschäftigung! Hier noch! Da noch! Und der Flock kommt hier hin! Fertig! Gern geschehen! Oh! Gleich wird es richtig schön warm! Passt auf! Das ist doch schön kuschelig! So! Nun aber ab ins Zelt! Es wird Zeit uns auszuruhen! Oh! Guten Morgen! Weiter geht's! Der Bär wartet doch auf sein Päckchen! Ob es noch sehr weit ist? Du bist richtig stark, Giraffe! Du trägst das Päckchen und das Eichhörnchen! Oh! Hallo, liebe Rehe! Was? Eure Futterkrippe ist zusammengestürzt? Na, da helfen wir doch kein Problem! Kleine! Magst du die Blöcke mit aufstellen? Super machst du das! Schaut mal! Das sieht doch richtig klasse aus! Und alles ist jetzt wieder in Ordnung! Hurra! Oh! Was ist denn da? Aha! Da sind wir ja! Das ist die Höhle des Bären! Hey! Großer! Wach auf! Es ist doch schon Frühling! Oh! Da freut sich der Bär! Schau mal! Er reißt alles ganz schnell auf! Ah! Ja! Es ist eine Hupe! Was für eine tolle Zeit! Das war echt lustig! Lass uns doch noch mit allen Tieren ein Picknick machen! Schau! Alle sind gekommen! Und welche herrliche Köstlichkeiten die Decke füllt! Yummy! Haselnüsse, Möhren und Bananen! Wie lecker! Schau! Es schmeckt alles! Der Bär hat einen mächtigen Kohldampf! Er hat auch den ganzen Winter geschlafen und nichts gegessen! Danke liebe Kinder, dass ihr uns so toll geholfen habt! Passt gut auf euch auf! Und bis morgen! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo Kinder! Begleitet ihr mich auf einer spannenden Zugfahrt mit unseren Tieren aus Afrika? Ja! Super! Schau mal! Der Löwe ist auch begeistert! Er ist ja auch unser Lokomotivenführer! Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe! Sein Freund die Schlange berät ihn, wenn es um die Technik geht! Ein klasse Team die zwei! Und wer begleitet uns noch? Schau mal! Der kleine Affe ist vergnügt eine Banane! Wie lustig! Der kleine ist bestimmt sehr hungrig! Wir haben ja noch eine lange Fahrt vor uns! Oh die Giraffe! Die ist ja riesig! Nicht wahr? Und hörst du wie die Kobra zischt? Ganz schön gefährlich! Was? Und schau! Da hat jemand Luftballons in den Krug getan! Der Strauß ist auch unser Begleiter! Siehst du die langen Beine! Mit denen kann der Strauß richtig schnell laufen! Lass uns mal sehen, wer noch alles mitfährt! Oh noch ein Affe! Wie süß! Hey! Die Bananenschale wird aber nicht so einfach durch die Luft geworfen! Und der Leopard? Was macht der denn? Der genießt wahrscheinlich die gute Aussicht hier! Oh schau mal! Da ist ein echtes Chamäleon! Das kann seine Farbe ändern und sich so an seine Umgebung anpassen! Hast du es schon entdeckt? Im nächsten Waggon sind auch ein paar lustige Tiere zu finden! Schau! In dem Wasser hat es sich ein Flusspferd bequem gemacht! Und die Elefanten schauen ihm zu und freuen sich! Der kleine Elefant ist richtig süß! Findest du nicht auch? Oh! Da fliegt jemand im Flieger an uns vorbei! Hallo! Hast du auch schon die Vögel entdeckt? Es sind insgesamt drei! Die haben es sich auf dem Rücken vom Elefanten gemütlich gemacht! Wer ist denn da im nächsten Waggon? Oh! Stolze Flamingos! Wie schön die das sind in ihrem rosa Federkleid! Huch! Wer brüllt denn da so? Schau! Im Wasser hat es sich ein Krokodil bequem gemacht! Es genießt bestimmt das kühle Wasser! Und da hinten eine alte weiße Schildkröte! Alle wollen mit uns fahren! Wie schön! Und da ist wieder der Flieger über uns! Hallo! Und schau! Da im nächsten Waggon sind die Erdmännchen! Wie süß die Kleinen doch sind! Und weißt du was? Sie sind Meister im Verstecken! Wie viele siehst du denn von ihnen? Eins, zwei, drei, vier! Genau! Und der blaue Papagei schaut sich alles von oben an! Ob er auch sprechen kann? Huch! Er scheint sich erschreckt zu haben! Hihihi! Vielleicht vor der kleinen Spinne in der Ecke! Keine Angst! Die tut dir doch nichts! Was für ein paar lustige Gesellen in diesem Waggon doch sind! Jetzt schauen wir uns noch den letzten Wagen an! Wer da wohl mitfährt? Ein Gorilla! Hihihi! Der spielt Verstecken mit uns! Und wer ist in der Mitte? Ein Nashorn! Hast du schon das gewaltige Horn entdeckt? Ja! Bestimmt's! Und hier als letztes? Ein Zebra versteckt sich hier! Schau wie es lacht! Hihihi! Und eine Antilope! Das Zebra lacht ja immer noch! Hihihi! Hey Nashorn! Geht es dir gut? Die Tiere lieben es zu reisen! Sie suchen das Abenteuer und wollen andere Länder kennenlernen! Das Krokodil ist richtig glücklich, dass es einen Platz bekommen hat! Und der Elefant? Der genießt die erfrischende Fahrt mit der Lokomotive! Und auch das Kleine genießt natürlich mit! Schau! Er schnappt sich Wasser und macht Fontänen mit seinem Rüssel! Wie toll! Hihihi! Hey! Und ihr Affen! Ihr versprecht keine Bananenschalen mehr in der Gegend herumzuwerfen! Okay? Das gehört sich nicht! Oh schau! Wieder ein Flieger über unseren Köpfen! Hallo! Die Giraffe hat extra ein Bäumchen bekommen, damit es auch etwas zu essen hat für die lange Fahrt! Wie sieht es aus, Kinder? Hat euch unsere Fahrt mit den Tieren gefallen? Dann seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei! Alles Gute euch! Auf Wiedersehen! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo Kleiner! Schau dir mal das Polizeiauto an! Huh! Was ist denn da vorne los? Das lassen wir später in der Werkstatt genauer untersuchen! Das Licht funktioniert! Ui! Wer schaut denn da hinten raus? Hihihi! Und hör mal! Jedes Polizeiauto hat doch auch eine Sirene! Damit gehen die Polizisten auf Verbrecherjagd! Erkennst du dieses Auto hier? Richtig! Es ist ein Müllauto! Dieses Auto nähert auch bei dir zu Hause die Mülltonnen! Eine sehr wichtige Aufgabe! Sonst würde überall in der Stadt der Müll einfach nur so rumliegen! Klasse! Was? Toll, dass es so ein Auto gibt! Weiter geht die Fahrt! Das Auto hat noch viel Arbeit vor sich! Gute Fahrt! Hey, was kommt denn da für ein Fahrzeug? Ein Zementmischer! Hihihi! Schau, diesmal hat er bunte Bälle geladen! Aber normalerweise hat er Zement hinten drin! Und die Kugel dreht sich die ganze Zeit! Der Zementmischer wird zum Beispiel für den Bau von Häusern gebraucht! Ein sehr wichtiges Fahrzeug! Na, noch mehr bunte Bälle? Da kommen sie schon! Hihihi! Voll cool, nicht wahr? Das sind ja richtig viele! Wie viel Platz doch in so einer Kugel drin ist, was? Und noch mehr, die da rausputzen! Richtig cool! Tschüss, Zementmischer! Oh, dieses Mal ist es ein Feuerwehrauto! Schau mal, hier wird gleich das Feuer gelöscht! Wie toll! Das Feuerwehrauto hat natürlich auch eine Sirene, hörst du die? Im Auto findest du auch einen ganz langen Wasserschlauch. Mit dem kannst du ein Feuer löschen, wenn es ganz weit entfernt ist. Auch das Feuerwehrauto hat richtig helle Scheinwerfer und eine ganz laute Sirene! Jetzt muss es los zum nächsten Einsatz! Oh, ein Krankenwagen! Schau, da ist ein kleines Kätzchen drin! Vielleicht ist es krank geworden und wird nun ins Krankenhaus gebracht! Dann machen wir doch gleich die Sirene an, damit der Wagen schneller durch den Verkehr kommt! Dann fahr ganz schnell los und gute Besserung, liebes Kätzchen! Oh, was für ein Kran! Der kann so richtig schwere Last nehmen! Einmal runter, bitte! Huch, schau mal, da ist ja eine kleine Maus! Wo ist die denn nur hergekommen? Sieh mal, der Kran hat auch richtig helle Scheinwerfer! Und natürlich eine Sirene, hörst du? Was wohl bloß in der Kiste drin ist? Ein Ball! Wie lustig! Vielleicht verbirgt sich da ja auch noch was anderes! Mal sehen! Ein Hühnchen! Wo kommt denn das jetzt her? So, auch für den Kran geht es weiter! Der muss jetzt auf den Bau und weiterhelfen! Als nächstes, da kommt ein Bagger! Was für eine riesige Schaufel, der da vorne dran hat! Damit kann er ganz viel Schutt und Erde aus einem Loch heben! Mit diesem Bagger könnt ihr richtig tiefe Löcher graben! Ohne einen Bagger würde das Ausgraben viel, viel länger dauern und viel anstrengender für dich sein! Hey, du kannst doch nicht einfach weiterfahren! Du musst doch erst das Loch hier auf der Straße wieder zumachen! Sonst kommt doch keiner mehr vorbei! Merkst du es denn nicht? Erst das Loch zumachen! Super! Jetzt kann es weitergehen! Tschüss! Was kommt denn jetzt für ein Fahrzeug? Ach ja! Das ist ein Kipper! Dieser hier bringt ganz viele Steine! Und schau, der lädt die jetzt schon ab! Natürlich kann er auch Sand transportieren! Oder ganz viele andere Materialien! Hier passt richtig viel rein! Eine Sirene darf natürlich auch nicht fehlen! Super macht er das! Stell dir mal vor, das müssten wir alles mit einem Eimer hin und her tragen! Da würden wir ja nie fertig werden! Kleiner, wie sieht es aus? Wollen wir alle Fahrzeuge noch einmal wiederholen, die wir heute gesehen haben? Na dann, lass uns gleich loslegen! Da war das Polizeiauto! Ein Abfallauto! Und hier der Zementmischer mit den bunten Kugeln! Das Feuerwehrauto darf natürlich nicht spielen! Und der Rettungswagen mit dem kleinen Kätzchen! Als nächstes hatten wir den Kran mit der Kiste vorne dran! Und danach kam der Bagger mit der großen Schaufel! Und als letztes der Kipper! Das war es auch schon! Tschüss, bis zum nächsten Mal! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo Kleiner! Hilfst du mir, die Autos sicher an das andere Ufer zu bringen? Lass uns die Autos erstmal zählen! Eins, zwei, drei! Alle drei Autos sind jetzt an Bord! Die Fahrt kann losgehen! Huch! Was ist denn da los? Wer hat denn diese riesige aufblasbare Schildkröte hier vergessen? Wie lustig! Ich war ganz schön erschrocken! Wir müssen besser aufpassen! Schau mal! Ein gelber Stern schwimmt auf dem Wasser! Wie süß! Um hier durchzufahren, müssen wir unser Signal geben! Und schon geht das Tor auf! Das hat doch spitze geklappt! Weiter geht's! Oh, schau mal! Da ist ein kleiner Fisch! Wie süß! Und da! Siehst du sie? Da sind drei Entlein! Pass auf, dass du nicht aus Versehen über sie drüber fährst! Gleich sind wir da! So, da sind wir auch schon! Bitte die Klappe runterfahren, damit die Autos von Bord fahren können! Wir haben zuerst das Lilane, dann das Orangene und als letztes das Grüne! Geschafft! Was für ein dreckiges Boot! Das müssen wir zuerst einmal waschen! Klasse machst du das Kleine! Jetzt kommen diese vier Käfer an Bord! Und die brauchen unsere Hilfe, damit sie schnellstmöglich den Zirkus erreichen! Oh, es scheint der rote Käfer hat sich verirrt! Nicht aufgeben, einfach weiter suchen! Siehst du und schon hast du deinen Platz an Bord gefunden! Der Gelbe startet souverän und siehe da, auch er hat schon Platz genommen! Der Blaue hat einen guten Riecher und sieht sofort seinen Platz! Bleibt nur noch der Grüne übrig! Er hat den längsten Weg, aber er ist froh und mutig! Und jetzt sitzt es schon alle, dann kann es ja losgehen! Schau mal, ein kleiner Frosch! Um den fahren wir einfach drum herum! Toll hast du das gemacht, Kleiner! Huch, da ist ja noch einer! Und wieder etwas mehr Backbord bitte, also nach links lenken! Wow, da ist ja ein Riesenfrosch! Keine Angst, den umfahren wir auch! Kleine, steuere bitte mehr nach Steuerbord, also nach rechts! Spitzer hast du das gemacht! Hier kommen wir nicht durch! Einmal die Sirene bitte anmachen! Es hilft nichts, wir müssen warten, bis das Licht grün anzeigt! Und die Schranke sich öffnet! Weiter geht's! Was macht denn die aufblasbare Gummiente hier? Mach Platz, wir müssen durch! Kleiner, hilfst du den Käfern noch von ihren Plätzen den Ausgang zu finden? Der blaue Käfer kann es wohl kaum erwarten, in den Zirkus zu kommen! Schau mal, wie der rennt! Der rote Käfer ist jetzt dran! Viel Spaß im Zirkus! Der grüne Käfer ist schon ganz aufgeregt! Und auch der orangene Käfer kann es kaum noch aushalten! Hurra! Schau mal, wie sich alle auf dem Steg freuen! Die Zirkustür ist auch schon geöffnet! Viel Spaß euch! Und dir Kleiner, bis bald! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo Kinder! Schön, dass ihr da seid! Kommt, lasst uns heute gemeinsam auf Reisen gehen! Dafür brauchen wir natürlich unseren Koffer mit Anziehsachen! Und die Zahnbürste kommt natürlich auch mit! Etwas Warmes, etwas Leichtes und einen Knochen für mich! Wollen wir auch eine Torte mitnehmen? Na klar, die packen wir auch noch ein! Fertig! Jetzt kanns losgehen! Und sprung auf unser Schiff! Auf uns warten spannende Abenteuer! Los gehts! Einmal die Luft anhalten bitte! Juhu! Schau mal, was für ein leckerer Muffin! Den nehmen wir mit! Rein mit dir! Und jetzt weiter gehts! Juhu! Was für eine Sprungschanze! Juppie! Und jetzt Luft anhalten! Ha, wieder da! Schau mal, da ist ein Fernrohr! Na, das nehmen wir auch gleich noch mit! Das brauchen wir bestimmt auf hoher Seen! Na, bist du bereit, wieder abzutauchen? Also, ein bisschen mehr Luft und... Hui! Schau mal, wer da steht! Oh, es ist ein liebenswerter Roboter, der uns ein Geschenk geben will! Danke dir! Bis bald! Was für ein spannender Tag! Mal sehen, was wir noch alles finden werden! Hui! Hui! Hey! Ihr Möwen! Passt doch ein bisschen auf! Schau mal, ein rosa Roboter im Wasser! Das ist ja lustig! Und hier ganz viele Rettungsringe! Weißt du was? Den nehmen wir mit! Und jetzt tief Luft holen! Es geht unter Wasser! Hihihi! Wow! Eine Bowlingkugel! Na, wer weiß, die brauchen wir bestimmt auch noch! Huch! Schau mal! Was für eine schöne Stadt da vorne ist! Hallo! Hallo, kleiner Vogel! Schau, wie viel Spaß wir mit dem kleinen Vogel haben! Oh, das wird lustig! Guck mal! Und super leckeren Fisch haben wir auch gefangen! Unseren ersten Freund haben wir besucht! Juchu! Kleiner, wo wollen wir denn jetzt hin fahren? Wollen wir wieder jemanden besuchen? Dann lass uns Koffer packen! Söckchen! Badeanzug! Ich glaube, wir haben alles! Fertig! Jetzt kannst du losgehen! Und sprang! Los geht's, kleines Schiff! Fahr! Luft anhalten! Oh! Was ist denn jetzt los? Etwas mehr Gas geben, bitte! Und weiter! Weiter! Immer weiter! Oh, Ananas! Lecker! Und gleich noch ein Muffin! Rein mit euch! Oh, wie toll! Ein echter Unterwasserwald! Wir müssen kurz hoch etwas Luft holen! Wow! Weiter geht's! Hallo, ihr Krabben! Alles klar bei euch? Wie lustig sie springen! Wie niedlich! Da sind noch die Jungen! Schau mal, was ich da hinten sehe! Oh! Schnell dorthin! Lecker, lecker! Zweimal Eis! Die teilen wir fair untereinander auf! Na klar, Kleiner! Weiter geht's! Und wieder Luft holen! Und wir gehen wieder auf Tauchstation! Was ist denn das? Ach so! Das ist doch die gütige Krake! Keine Angst! Die tut uns nichts! Mal sehen, was es hier Interessantes gibt! Schau mal! Oh! Eine Insel mit lauter leckeren Sachen! Los, die holen wir uns! Und noch drei, noch zwei, noch eins! Juhu! Weiter geht's! Ich bin gespannt, was wir noch alles finden! Oh! Oh! Schau mal! Eine Flaschenpost! Rein mit dir! Vielleicht finden wir einen Schatz! Und noch mehr Leckereien! Yummy! Und weiter geht's auf Tauchstation! Mal schauen, ob wir unter Wasser den Schatz finden! Huch! Was ist denn das für eine seltsame Wolke? Oh nein! Das ist ein riesiges Abflussrohr! Und wir sind drinnen gefangen! Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Das war ganz schön schwer, hier rauszukommen! Aber wir haben es geschafft! Weiter geht's! Oh! Da ist ja noch eine Insel! Und sieh mal da! Da ist auch der Schatz! Bravo! Wir haben ihn gefunden! Kleiner! Danke dir, kleines Fischlein! Bis bald! Und jetzt lauf dann halt! Wir tauchen gleich wieder! Huch! Wo sind wir denn hier gelandet? Schau mal, wie viele unterschiedliche Bojen hier sind! Sehr interessant! Brrrrrr! Wo sind wir denn jetzt? Warum ist es denn jetzt so kalt? Oh hallo, kleine Katze! Sag mal, ist hier nicht kalt? Schau, was wir für dich haben! Die Katze hat sich riesig über die warmen Sachen aus unserem Koffer gefreut! Oh ja! Ich weiß, wohin wir als nächstes fahren! Kleiner! Bist du wieder mit dabei? Ja! Dann lass uns Koffer packen! Der Fotoapparat darf auf keinen Fall fehlen! Und natürlich die Kapitänswitze! Die packen wir auch mit ein! Und eine Torte für alle Fälle! Mehr passt nicht rein! Schnell auf das Schiff! Und los geht's! Ganz tief Luft holen! Und ab geht's in die Tiefe! Huch! Mach vorsichtig! Oh, schau mal! Was für eine Schanze! Und hoppla! Hoppla! Wir fliegen! Und wieder gibt es was Tolles! Komm, kleiner, pack das Fernrohr mit ein! Das brauchen wir bestimmt noch! Weiter geht's! Und wieder eine leckere Ananas! Magst du Ananas? Ja, ich auch! Schau! Ich glaube, da war ein rosa Roboter! Wie lustig! Was ist denn das jetzt? Ah! Ein riesiger Schwimmring! Lass uns in Ruhe! Wir können dich leider nicht mitnehmen! Du bist zu groß! Schau, dann sinkt unser Schiff! Puh! Schau mal! Eine Insel mit fünf Robotern! Na, die nehmen wir alle mit! Was für ein Pfund! Oh nein! Was ist denn das für ein unverschämter Schwimmring? Wir verlieren durch ihn noch alle Roboter! Schnell! Schnell weg von hier! Oh nein! Schau! Jetzt sind wir in einem Wasserstrudel gelandet! Wie kommen wir hier wieder raus? Komm! Noch einmal! Es klappt nicht! Komm! Weiter probieren! Weiter! Weiter! Hurra! Wir haben es geschafft! Wer ist denn dort auf der Insel? Ah! Das ist unsere Freundin, die kleine Zauberin! Und sie will uns was schenken! Danke dir! Bis bald! Hier, Kleiner! Hier müssen wir etwas langsamer fahren! Schau mal! Da sind ganz viele Bojen im Weg! Wow! Was für eine klasse Insel! Hey, Kleiner Vogel! Tanzt du? Hihihihi! Cool! Der Kleine Vogel hat uns beigebracht, wie wir tanzen können! Das hat Spaß gemacht! Was für ein toller Tag heute! Danke für die schöne Zeit mit dir! Und bis zum nächsten Mal! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube-Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo Kinder! Heute sind wir auf dem Mond und wollen den Kosmonauten helfen, sicher zur Erde zurück zu gelangen! Lass uns loslegen! Steig ein in unser Mondfahrzeug! Lieber Kosmonaut! Die Rakete des Kosmonauten ist während der Landung kaputt gegangen! Wir müssen alle Teile wieder einsammeln und dann zusammenbauen! Schau mal! Da haben wir schon das erste Fenster! Huch! Wir haben den Anhänger vergessen! Da müssen wir wohl nochmal zurückfahren! Kleiner, hilfst du mir mal? Super! Jetzt haben wir den Anhänger! Dann können wir das Fenster ja gleich reinheben! Super! Vielen Dank Kleiner! Und weiter geht's! Hallo Kosmonaut! Schön dich zu sehen! Schön dich zu sehen! Komm rein! Jetzt aber schnell weiter! Mal sehen, was wir als nächstes finden! Schau! Da haben wir schon das Dach der Rakete! Die werden wir auf jeden Fall brauchen! Und da vorne, da ist auch schon das zweite Fenster! Ab in den Anhänger damit! Warte mal! Ich glaube, das gehört auch zur Rakete! Wir nehmen es auf alle Fälle mit! Schau! Hier ist die Raumstation! Oh nein! Es scheint alles kaputt zu sein! Hoffentlich können wir das wieder reparieren! Weißt du was? Ich glaube, da kommt die Rakete ran, die wir gerade eingesammelt haben! Oh! Sie passt ganz genau! Juchu! Spitze haben wir das gemacht! Jetzt bauen wir alles wieder zusammen! Zuerst die Mitte! Dann kommt die Spitze oben drauf! Und als allerletztes das Dach! Schau! Jetzt müssen wir nur noch die Fenster wieder einsetzen! Und Nummer eins! Nummer zwei! Super haben wir das gemacht, Kleiner! Liebe Kosmonauten! Jetzt könnt ihr wieder zur Erde zurückfliegen! Ihr werdet bestimmt schon sehnsüchtig erwartet! So! Und jetzt! Alle zwei sind gleich drinnen! Super! Huch! Na ja, klar! Wir müssen die Rakete noch volltanken! Bitte Benzin volltanken! Sonst kann sie doch gar nicht starten! Erledigt! Jetzt kann es gleich losgehen! Der Countdown läuft schon! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Start! Gute Fahrt! Gute Fahrt! Gute Fahrt! Schau mal, Kleiner! Hier siehst du unseren neuen Cosmo Parat! Mit einem supermodernen Fotoapparat! Extra für den Mond! Eine Antenne und einen Hebearm! Um interessante Dinge aufzuheben! Und natürlich mitzunehmen! Los geht's! Schau mal, wir haben schon unseren ersten Fund! Einen Mondstein! Ich bin gespannt, was wir noch alles finden werden! Hihihihi! Wow! Schau mal da vorne! Da sind alte Ruinen zu sehen! Wer die wohl gebaut hat? Lasst die uns mal fotografieren! Und die Bilder senden wir gleich zur Erde! Dann können die dort analysiert werden! Mensch, das ist so spannend hier! Schau mal! Und da vorne! Da liegt noch ein Mondstein! Wie hübsch die doch sind! So richtig schön funkelnd! Und was kommt als nächstes? Noch die Huckel einmal drüber! Oh! Schau! Eine Statue! Da machen wir auch gleich Fotos! Und die werden auch gleich wieder zur Erde gesendet! Ob wir noch was finden? Schau! Schau! Da! Einen Mondstein wieder! Sieht ein bisschen aus wie ein funkelnder Edelstein! Was meinst du? Ich muss sagen, hier oben ist es richtig spannend! Eine Abenteuer Mondfahrt machen wir hier! Schau mal, was das wohl ist! Eine Zeichnung sagt, dass wir das einsetzen müssen, was wir gerade gefunden haben! Na dann lass uns doch gleich mal machen! Wir haben doch drei Steine gefunden! Die würden perfekt passen! Lass uns das einfach mal ausprobieren Kleiner! Nummer 1, Nummer 2 und noch ganz oben! Wow! Passt! Wie angegossen! Huch! Wir haben einen Geheingang gefunden! Oh! Hallo! Wir haben Besuch von Außerirdischen! Herzlich willkommen! Kinder, bis zum nächsten Mal! Linke Flitzer! Hallo Kleine! Schau mal! Dem Häschen ist so heiß! Wie können wir ihm bloß helfen? Oh! Oh ja! Genau! Es braucht einen leckenden Häschen! Leckeres und kaltes Eis! Kleiner Bär, weißt du vielleicht, wo ich leckeres Eis finde? Du? Keine Ahnung! Tut mir leid! Aber vielleicht hast du Lust, mit mir das kleine Boot zu bauen und damit auf die Suche nach dem Eis zu gehen! Na klar! Was für eine klasse Idee! Die zwei brauchen auf jeden Fall einen Sonnenschirm und ein Fenster! Dann kann es ja auch schon losgehen! Hase, schiebst du das Boot ins Wasser? Na klar! Mach ich! Und los geht's! Die Fahrt! Oh! Das macht ja Spaß! Entschuldigen Sie bitte! Haben Sie möglicherweise kaltes Eis für uns? Nein! Tut uns leid! Okay! Pass auf! Krokodil voraus! Puh! Das haben wir gar nicht bemerkt! Schnell, schnell weiterfahren! Schau mal! Da schwimmt ein Deckel im Wasser! Das ist kein Deckel! Das ist ein Nilpferd! Hallo, kleine Äffchen! Und da ist eine Schildkröte! Oh! Das sind ja die lustigen Affen wieder! Oh nein! Schon wieder ein Krokodil! Schau! Wir müssen schnell weg! Hallo Junge! Weißt du, wo wir kaltes Eis finden? Leider nicht! Aber wenn ihr mir helft, können wir zusammen auf die Suche gehen! Komm, kleine! Lass uns dem Jungen helfen! Wir müssen die Steine aufsammeln! Alle hinten in den Anhänger rein! Los! Noch 3, 2, 1! Alle sind drin! Komm, Bärchen! Spring auf! Ja, das mache ich! Los geht die Suche nach dem Eis! Hihihi! Das rumpelt und pumpelt ja! Hier müssen unsere Freunde nun eine kurze Pause einlegen! Schau mal, Kleine! Hier wird gerade das Dach für den Pferdestall gebaut! Damit das Pferdchen auch im Regen trocken bleibt! Schau mal, wie sich das Pferdchen freut! Nur noch wenige Blöcke! Los geht's! Helfen wir mit! 1, 2, 3, 4 und noch einer! Und zwar die Nummer 5! Geschafft! So, dann nehmt mal alle schnell Platz und weiter geht die Suche nach dem Eis! Los geht's! Hurra! Gleich gibt es leckeres Eis! Ich kann es kaum abwarten! Schaut mal, wie viele Tiere es hier gibt! Ziegen, Schafe, Hühner und da hinten stehen Kühe! Und schöne Blumen! Hihihi! Und da hinter dem Baum hat sich eine Giraffe versteckt! Hallo, Giraffe! Schau mal, das Flugzeug macht richtige Loopings! Schneller, schneller! Sonst gibt es kein Eis mehr! Uh, das rumpelt hier wieder! Hallo! Huch! Wer ist denn dort auf der Straße? Oh je! Oh je! Ich glaube, die zwei haben Probleme mit ihrem Wagen! Lasst uns mal nachsehen, ob wir helfen können! Hallo! Können wir ihnen helfen? Ach, die Lebensmittel müssen in den Laden gebracht werden, sonst werden die hier schlecht! Unser Auto ist gerade kaputt! Ja klar helfen wir! Rein damit in den Traktor! Richtig so! Und jetzt setzen sie sich noch mit dazu! Weiter geht's! Jetzt geht's zum Kaufmannsladen! Da sind wir auch schon! Hier bitte! Ganz viele Lebensmittel! Tierfutter, Orangensaft, Milch, Brezeln, Bananen und Apfelsinen! Sagen Sie, gibt es in Ihrem Laden auch Eis? Tut mir leid! Leider nicht! Schaut mal! Ich glaube, dieses Mädchen weiß, wo es Eis gibt! Komm, wir folgen Ihrem Rat! Schnell alle in den Traktor und los geht's zum leckeren Eis! Ja! Eis für alle! Auf geht's! Hurra! Wir sind da! Ich möchte bitte Vanille-Eis! Danke! Für mich bitte Erdbeere! Wie lecker! Ich nehme bitte Orange! Wow! Ich mag Schokolade! Jummi! Und für mich? Was? Alles alle? Oh nein! Was, Freunde? Ihr wollt euer Eis mit mir teilen? Ihr seid hier so lieb! Vielen Dank! Hurra! Das wird jetzt lecker sein! Tschüss Kleiner! Ich muss jetzt mein Eis essen gehen! Bis morgen! Danke fürs Zuschauen! Abonniert unseren YouTube Channel! Auf euch warten noch viele interessante Trickfilme! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.